Die Bundesregierung hat meines Erachtens eine falsche Prioritätensetzung. Es ist so, dass bei den großen Konzernen sehr schnell geholfen worden ist und auch bei Konzernen, wo es nicht notwendig gewesen ist. Wenn zum Beispiel Dividenden ausgeschüttet werden, dann darf es keine staatlichen Unterstützungsmaßnahmen geben. Aber diejenigen, die weniger auf dem Radar sind, die Solo-Selbstständigen, die Veranstaltungsbranche, auch diejenigen, die ein kleines Unternehmen haben, die brauchen mehr Unterstützung.